Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit mir auf dem Kanal gelandet seid. Deine Strategie gegen die Terraner war seltsam, aber ich verspricht sie. Abathurs Änderungen tragen Früchte. Erinnerst du dich daran, was ich dir auf dem Schlachtfeld erzählt habe? Weitblick. Ist das so etwas wie Verschlagenheit? Nein. Hinterhältigkeit? Abathur, geh zu ihm. Seine Eingriffe sind schmerzhaft. Seine Eingriffe werden dich Weitsicht begreifen lassen. Dann gehe ich. Oh ja. Isha, als die Königin der Klingen, als ich den Schwarm hier auf Jha kommandiert habe, wie war ich da? Du warst mächtig. Du hast uns listig und stark gemacht. Wir wussten, dass wir unter dir für immer überleben würden. Und jetzt? Vieles liegt im Unklaren. Aber der Schwarm wird seinen Kampf fortführen. Solltest du sterben, so folgen wir einem anderen Anführer. Ihr folgt nur mir. Und sterbe ich, so werdet ihr mir in den Tod folgen. Merkt ihr das? Hm. Oh ja. Ich muss Warfields Gedanken nicht lesen, um zu wissen, was er mit mir vorhat. Er hat keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Mhm. Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch. Sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren. Fleisch essen. Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren. Verweben. Nutzen. Großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben. Kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen. Das steht fest. Okay. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwartet. Ja. Ist doch klar, dass ich an Stärke hinzugewonnen habe. Hihi. Ja, nein, nein. Die Zeuglinge fand ich schon geil. Okay. Wilde Mutation. Verbündete Zeug-Erheiten im Zielgebiet erhalten 10 Sekunden lang plus 200 Max Trefferpunkte und ihre Angriffskichtung auf 100% erhöht. Oh yeah. Und hier? Berstlinge erschaffen. Terrigan erschafft 6 Berstlinge mit begrenzter Lebenszeit. Mhm. Wir machen die wilde Mutationen. Das klingt sehr gut, oder? Um erneut über Char zu herrschen, müssen wir die terranische Festung zerstören. Sie werden uns mit aller Macht bekämpfen. Es bedarf nur deines Befehls, meine Königin. Mhm. Okay. Und hier ist Scheusal, schwere Vorneinheiten, gepanzerte Einheiten, gepanzerten Einheiten, zusätzlichen Schaden zufügt. Kann über kleinere Einheiten schreiten. Okay, das war also der von den dicken... Äh... Gegner. Ich überlege mir gerade, ich habe mir neulich nachts Rambo angeschaut. Also den allerersten. Aber das hatte ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin dann eingeschlafen und habe nie wieder über diesen Film nachgedacht. Jetzt fällt es mir gerade ein, ey brutal, muss ich mal fertig gucken. Was ist denn mit mir los, ey? Meine japanischen Vokabeln rufen mich auch. Lernen, lernen, lernen. Ja, ne? Immer lernen. Aber es macht halt einfach Spaß. Wir haben die Terranische Festung erreicht. Sie haben sich verschanzt und erwarten uns. Dies ist nicht der Zeitpunkt für Raffinesse. Wir werden sie jagen, wo immer sie sind. Und sie überwältigen. Bereitet einen Nuklearangriff vor. Ich will, dass von diesen Käfern nur noch verkohlte Kadaver übrig bleiben. General Warfield aktiviert sein nukleares Arsenal. Wir müssen uns beeilen. Zagara, erschaffe einen Schwarmcluster. In der Zwischenzeit leite ich diese Welle und verursache so viel Schaden, wie ich nur kann. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Ich werde einen Schwarmcluster für den Schwarm bereitstellen, während du so viel Schaden wie möglich anrechtest, meine Königin. Schick mir Verstärkung, wenn du kannst. Das wird eine blutige Angelegenheit. Da kommt sie! Laden und entsichern! Wir gehen Zerkangriff ab! Die Teile in Zentimeter nach! Los jetzt! Wir haben nicht viel Zeit. Oh ja, was sie darum sehr gut geht. Haha. Ne, brutal. Diese Welt gehört mir. Verschwinde von Scharf. Wenn du bleibst, werde ich deine Streitkräfte bis auf den letzten Mann abschlachten. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Ich schicke dir noch mehr Zerg, meine Königin. Mögen sie bei deinem Angriff hilfreich sein. Hierfür haben sie ihre Menschlichkeit aufgegeben, um noch mehr Leute zu töten? Bringt die Zivilisten in Sicherheit! Soldaten, haltet eure Stellung! Die Terraner haben noch eine Nuklearrakete gestartet. Verschwindet aus dem Bereich. Das leuchtende Fadenkreuz zeigt, wo Warfields Raketen einschlagen werden. Aus damit das Gebiet meiden. Was jetzt? Uns rennt die Zeit davon. Löscht sie aus, Männer! Diese Viecher werden Scharf niemals erobern! Ich lasse es krachen! Hierfür haben sie ihre Menschlichkeit aufgegeben, um noch mehr Leute zu töten? Los jetzt! Verdammt nochmal Mädchen! Wir haben dich gerettet! Wie konntest du das alles wieder wegwerfen? Sie sind angegriffen. Haben wir es jetzt geschafft? Das war irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Oh mein Gott. Oh je, 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 je. Oh je. Unser Schwarmcluster hat die Explosion gerade so überstanden, meine Königin. Mhm. Sobald sein Arsenal aktiv ist, wird er noch mehr Nuklearraketen gegen uns einsetzen. Unsere einzige Hoffnung ist es, in seinen Gefechtsstand einzudringen. Sobald wir das geschafft haben, ist es vorbei. Ich habe etwas erschaffen, das dir dabei helfen wird, die Terraner zu vernichten. Scheusale! Sequenzen ungenau. Trotzdem effektiv. Nutze sie, meine Königin. Übernimm die Kontrolle über die Basis und die Terraner werden den Schwarm fürchten lernen. Klingt gut. Klingt sogar sehr gut. Oh ja. Aber wir haben es schon relativ gut aufgeräumt eigentlich, oder? Finde ich jetzt so. Da kann ich mich nicht beklagen. Ja. 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 Das dürfen wir nicht zulassen. Ich werde sie zerstören, wenn sich mir die Gelegenheit dazu bietet, Sagara. Mhm. Okay, dann gehen wir mal die Kerrigans ziemlich stark. Dann können wir auch so das wagen und vor allem die Zeltklinge. Die sind ja, wie soll ich sagen. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Die überleben ja für immer. Die wieder auferstehen ja sozusagen. Der Schwarm ist hungrig. Wir haben nicht viel Zeit. Hier waren wir ja schon. Das war sehr gut. Ich brauch 300, ah komm. Raus damit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Was jetzt? Ich höre. Verdammt. Das werden sie bereuen, Kerrigan. Oh ja. Weiter vorrücken. Mal gucken. Ob ich hier irgendwas bereuen werde. Diese Welt gehört mir. Wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Entsendet Angriffstruppen. Oh je. Raus damit. Oh je. Raus damit. Wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Ich höre. Wir haben den Zerg-Schwarm-Ch worthplý. Haltle-Kuriner, Nejmer. Ich alle, die Spannungen zent topicen seventh Spitzen gefahren… Aha. Ein weiteres bis zu heute ist? Okay… Ja, paus Sie! Wir haben hier Uno, Zeit! Wenn Sie sich Gross policymakers geschaffen, Los jetzt! Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Oh ja, aber läuft ganz gut. Oh, fuck, fuck, fuck. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Nuklearer Abschuss festgestellt. Diese Welt gehört mir. Wir haben den Start einer weiteren nuklear Rakete festgestellt. Was jetzt? Wer hat dich gefragt? Los jetzt! Das läuft schon wieder ziemlich gut. Die Zerkunft bringt die Verwundeten für den Evakuierungsschiffen. Der gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schlägt nie. Ich höre. Wir haben nicht viel Zeit. Raus damit. Weiter vorrücken. So, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen upgraden. Mal den guten Hydralistenbau hier hinstellen. Und Evolution genau für Geschosse entwickeln. Ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Los jetzt! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wer hat dich gefragt? Brutal wenn die Zerk kommt, oder? Eigentlich hast du keine Schraube. Oh mein Gott. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja? Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt! Oh yeah! Noch ein Erfolg. Weiter vorrücken. Das wirst du bereuen. Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schlägt nie. Okay, läuft. Tja Freunde, was soll ich sagen? Wir brauchen auch mal ein paar Spuker. Diese Mineralien sind sehr ergiebig. Zagara, schicke ein paar Drohnen hierher. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Mhm. Ja. Der Schwarm ist hungrig. Ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir haben nicht nur zwei Jahre Abschuss festgestellt. Warfield hat eine weitere Rakete auf unsere Truppen abgefeuert. Nichts stellt sich mir in den Weg. Oh ja man. Wie geil. Läuft. Hä? Ja. Ein Erfolg nach dem anderen. Heimsicherheim. Ich habe die Forschungseinrichtungen ausgeschaltet. Das wird Warfields Experimenten ein Ende setzen. Ich hoffe, dass sie gut mit diesen Viechern auskommen. Denn sie werden sie in der Hölle wiedersehen. Du hättest Charm mir überlassen sollen, Warfield. Ich habe die Schwanen in der Hölle wiedersehen. Wir brauchen mehr. Der Schwarm Cluster wird angegriffen. Oh je je je. Abgeschlossen. Okay. Gegenangriff startet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Ich behaupte, das reicht jetzt. Jetzt gibt's Sache. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Königinnen erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Diese Welt gehört mir. Bloß der Streitkräfte werden angegriffen. und die wirce in den Stallions inmates haben. Hahahaha. Hahahaha. Tja, Warfield, mein Freund.. Was soll ich sagen? Zu zack. Die Vision war aber gut, man. Richtig viele Erfolge. Okay. General, es sind zu viele, Clark. Wir werden es nicht schaffen. Gerrigan, hören Sie mir zu. Ich habe drei Frachter mit Verletzten, die keinerlei Bedrohung für Sie darstellen. Ehemänner, Väter, Sie lassen diese Frachter ziehen. Verstanden? General, wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Du Miststück. Du bist kein Mensch mehr. Du hast uns alle verraten. Und wofür? Belanglose Rache. Wie viele Unschuldige hast du umgebracht? Wie viele müssen noch sterben? Was, wenn Rainer dich jetzt sehen könnte? General, wir sind umzingelt. Wir werden es nicht schaffen. Oh, 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 oh. Was ist los? General, die Captain ziehen sich zurück. Es ist ein Wunder. Wir schaffen es. Oh, General Wolfgill hat die Unschuldigen gerettet. Oh, yeah. Geil. Oh, Mann, Leute. Oh, yeah. Läuft absolut. Ey, so viele Erfolge. Zerstören Sie in Veteranen vor dem ersten Nuklearschlag 20 gegnerische Gebäude. Yeah. Ja, gut, klar. Haben wir alles geschafft. Das ist ja auch Logo. Ciao. Oh, ja. Okay. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird bestimmt genauso geil. Macht's gut. Und bis gleich. Ciao. Hier ist es so. Vielen Dank.